Wir sind die Azonis der Schulz-Langenbank-Fabrik in Langen-Losa. Und was unsere Ausbildung hier so einzigartig macht, das zeigen wir euch jetzt. Bei Schulz kommt keine Langweile auf. Hier darf auch mal kräftig auf den Putz gehauen werden. Unsere Ausbildung ist so abwechslungsreich wie die Vielfalt unserer Farben. Der Arbeitsalltag bei Schulz ist immer kreativ und bunt. Bei uns wird anders blau gemacht. Bei uns. Das stimmt die Chemie. Die Chemie. Untertitelung des ZDF, 2020